Anna im Kreis, wo in Kapitel 13 bis 15. Das ist Kapitel 14. Dies ist ein Gespräch zwischen Anna und Max. In dem Schlag Max-Anna war ein Sprachausstausch zu machen. Dieser Austausch ist, dass er ihr mit Deutsch hilft und sie unterrichtet in Spanisch. Das ist in Kapitel 14 auch. Und Max muss für sein Studium Spanisch lernen, weil er in Buenos Aires, Argentinien, studieren wird. Dort wird er ein Semester sein und er ist sehr aufgeregt. Aber er macht sich Sorgen, dass er so weit von Anna erfährt ist. In Kapitel 15, Anna und Max sind in der Erwohnung von Max angekommen und sie finden Clara, diese Frau hier. Anna und Clara sagen Hallo und dann sagen sie ihnen, sie sollen den Kuchen kennen. Das Essen ist fertig. Anna beobachtet den Raum und die Menschen im Haus. Dieses Bild ist in Kapitel 14. In diesem Bild Menschen sind Reden und Essen. Sie sind Sprechen von Spanien und den politischen Parteien. Sie sind Reden und Anna erzielt vor der Verwunderung in Barcelona. Das ist in Kapitel 15. Im Haus von Max diskutierten Anna und mehr Leute über Spanische Politik. Köhle denkt, dass die Anderung nicht radikal genug ist. Aber Clara sagt, dass man nach Dinge Anderung kann. Das ist in Kapitel 13. Anna und Max fliegt Fahrrad, sie mitten in der Langwea-Kanal. Und die Admiral Brücke, da Max fragt links und an rechts. Das ist in 13. Kapitel auch. Am Morgens muss alle schnell gehen. Anna und Max trinken eine Tasse Kaffee und essen ein paar Kekse zum Frühstück. Danach, sie laufen zur Arbeit. Genau, sehr gut.